Oh man, Flugzeugträger Nummer 1000, wieder eine Blackout-Rakete. Nein! Verdammt! Jetzt hab ich überhaupt keine Energie mehr. What the heck? Scheiße. So. Ah, und die Energie ist wieder da, wo sie hingehört hat. Noch 30 Sekunden. Yay. 30 Sekunden kriegen wir endlich wieder in den MBF rein. Geknallt. Hoffe ich doch mal. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer braucht schon Freunde? Nun seht mich an. Nur Riku tut mir irgendwie leid. Volles Emo-Mädchen. Von was hast du da angegriffen? Achso. Ja, von so einem. Ich will mal gucken, was die hier so haben. Einsatzziel A. Oh. Die Verstärkung ist da. Gute Arbeit. Wow. Sehr schön. Bauen die sich von alleine auf? Was denn? Was denn? Achso. Wir haben Verstärkung bekommen. Tum. Neue Bauoptionen. Nein, ich seh nicht. Ja, die bauen sich von alleine auf. Oh, jetzt hab ich auch einen Hafen. Das bau ich mal gleich hier auf. Und auf den Dojo kehren. Der ist nicht unpraktisch. Kann ich endlich mal einen Ingenieur bauen. Hä? Jetzt hab ich noch einen Raffineriekern. Was mach ich mit dem? Ist irgendwo noch eine freie Raffinerie? Achso, auf der Seite. Ach da. Ja, ich hol mir die obere. Warte mal. Achso, ich bin... Ah, wenn es unten läuft. Ja. Ja. Hm. Oh, ein Dezimatorkern. Maaan. Wo sind meine Shopper? Da ist schon wieder ein Flugzeugträger. Pff. Die sind kaputt. Ernsthaft, die kommen nur mit Flugzeugträgern hier an. Oh wow, es kommt mal was anderes. Jetzt springen wir mit den Bohnheiten, die auch Luft angreifen können. Das wäre toll. Naja, sowas gibt es hier nicht. Außer die Shopper. VX. Du wirst übrigens auch angegriffen von Flugzeugträgern. Ich wollte es nur sagen. Äh, komm. So, ich hab jetzt einen Dezimatorkern. Ein Raffineriekern. Hm. So. Magie-Wahn-Artillerie. Striker. Ja. Milch hat ihn nur. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So schlimm? Kann ja etwas werden, ne? Ja, hört schon. Oh, ich hab kaum noch Strom. Ich sollte es vielleicht lassen mit dem Kern. Das ist ein Raffinerie. Die Flammen wird angegriffen. Und zu reichende Mitte wird gebannt. Boah, für was wirst du denn da alles überrannt? Von Fehlern, dass ich es habe. Moment, hier hin. Und hier, hier hin. Bau abgeschlossen. Ähm. Nächste, Energiewellen-Artillerie. Schade, dass sie nicht so weit schießen können. Bau abgeschlossen. Und zu reichende Mitte. Ja, kein Geld war ja klar. Kein Geld, kein Strom. Hm. Das ist eher schlecht Tja Ingenieur wollte ich noch bauen Ah, mein Generatorkam ist endlich ready Von was denn schon wieder? Oh man, immer von diesen dummen Bombern Wo sind die denn? Da Kackdinger Wie viel Geld haben die Alliierten denn da drüben? Oh, wow, wow, wow Oh mein, ich verwundet Ey, mitten, woher kommen die denn mitten in meine Basis? Weh? Oh Noch mehr Flugzeugträger Eine Einheit wird angegriffen Sie werden alle bezahlen So Ach ja Sehr schön Ich seh noch keine Einheiten 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 Mhm Wollen Sie nicht hierüber kommen? Testen Sie doch Ihre Kräfte gegen mich Kraft hab ich reichlich Aha Ich brauch jetzt mal viele Generatorkerne Sie müssen so schnell wie möglich die schweren sovjetischen Artillerie-Schiffe versinken Boah, was kriegst du denn da alles reingeknallt? Neues Bonus Ich seh Die Sowjets müssen eliminiert werden Eine Einheit wird angegriffen Oh man Dojo Kern schon wieder kaputt Oh, der Ingenieur ist auch draufgegangen Wow, schön Ups Nein, ich hab immer noch nicht genug Strom Was, Dreadnoughts? Ja, haben sie doch gesagt Okay Was denkst du, wo ich schon unterwegs war, überall Ich bin schon irritiert, weil die Ja, ich werd Mann, diese scheiß Boote Stirb Oh Gott Mann Die sterben wir auch nicht Ganz ehrlich, ich hab noch einen einzigen von meinen VX Stirb doch mal So Oh, Bullfrogs Ich konnte die gar nicht umdrehen, da war ich schon kaputt Ach, Mann, höh, Alter Bei mir wird irgendwie alles gerade angegriffen Uff Also wir hatten die Phase nach Anfang, dass wir irgendwie richtig aufteilen sollen Oh nein Wie sollen wir denn das alles in 10 Minuten schaffen? Wie sollen wir denn das alles in 10 Minuten schaffen? Ich mach mal alle auf aggressiv, so Ich hab so viele nicht Einheiten mehr eigentlich Oh, die Dreadnoughts nerven, weiß ich was? Mhm Kann ich mir gut vorstellen Ja Sollten wir nicht irgendwie die Relaisstationen möglichst früh angreifen? Ja, sollten wir Ich hab gar keine Einheiten Unser Verbündeter wird angegriffen Ja, das Problem ist, ich werd jetzt zukommen Alter Dreht euch doch um, wenn ihr das macht Warum sind die taktisch so blöd, dass sie sich nicht von alleine umdrehen? Lass mir das mal erklären Ich hab immer noch keinen Strom, jetzt seit Ewigkeiten Ja, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Dann kommen irgendwelche Flugzeuge und bombardieren alles Ich kann mich nicht auf 7 Enden gleichzeitig konzentrieren Ich werd vorne die ganze Zeit angegriffen Unser Verbündeter wird angegriffen Meine Einheiten gehen die ganze Zeit drauf Und dann hab ich wieder keine Energie um neue zu bauen Unser Stützpunkt wird angegriffen Okay, jetzt sind überall Dreadnoughts Unser Verbündeter wird angegriffen Unser Verbündeter wird angegriffen Unser Verbündeter wird angegriffen Okay, der Dreadnought ist jetzt aber down Zu Hölle, bin ich... okay Ich seh so langsam nicht mehr den Grund, warum ich grad gestorben bin, aber okay Wow, ich hab wieder Strom, schön Aber dafür keine Sachen zum Bauen Außer einem Dockskern Unser Stützpunkt wird angegriffen Dafür hab ich mich auf den weiten Weg aus Russland gemacht Na gut, kämpfen Sie mehr nächstes Weg, man schaum Wird gebaut, unser Verbündeter wird angegriffen Wod des Kaisers bereit Och komm schon, ich will... ich will ne Einheit aus, es passiert nichts Oh wow Hallo, nimm doch mal alle Einheiten und dreh dich um Bei mir ist ein Kirov in der Basis Ernsthaft, wie das? Hünden einfach irgendwo, keine Ahnung, ich hab ihn nicht gesehen, ich wurde von zu viele Sachen angegriffen Ja, ein Paddelboot, ich glaub es ist vorbei Hallo? Und der Kirov fällt direkt aufs MBF, was jetzt down ist, ich hab verloren Ernsthaft Ich hab noch einen MBF, wenn ich 5000 Credits zusammenkriege, bevor es zerstört wird Ja, was soll ich machen, ich wurde hier von allem angegriffen Und ich irgendwie nicht Ja doch, aber ich, bei mir war hinten ein Kirov drin, was soll ich denn machen Ja, meine Waffen sind unterdrückt Ich kann nichts mehr machen Ja, das war eindeutig die falsche Basenaufteilung Abgebucht Yay, das war's Großartige Taktik und so Jesus Was zur Hölle geht denn hier ab? Ich... woher soll man wissen, dass man so angegriffen wird? Also du gehst dann nach oben und ich geh nach unten, oder? Ja, es ist total Wayne, wie wir das dann aufteilen Hauptsache jeder kriegt nur einen Teil davon Ja So, weiter, SK Die Lage ist sehr sehr ernst, Commander Ja Schwer Mal sehen, ob's klappt Mach ready Yay Okay Erobern Sie unsere belagerten militärischen Vorposten zurück Die alliierten Relaisstationen müssen zerstört werden Das wissen wir ja inzwischen Okay Okay Das ist wieder der Anfang, oder? Ja, natürlich Der andere Speicherstand ist, wenn wir die Basen haben eingetreten Das heißt, wir dürfen nochmal von Anfang an anfangen Okay, geht ja schnell Ja, das ist ja nicht schwer Das sind diese Billig-Missionen, wo man eigentlich nichts macht Ja Ähm, gib mir die Einheit, danke Kommander, die Alliierten kontrollieren den Hafen und die Belagerung steht kurz bevor Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist Beeilen Sie sich Machst du? Ich mach das Ja Unser Verbündeter ist angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Nur weg von hier Ich bin mit dem Leben Ist das von Bedeutung? Jawohl, ich halte mich an Was heißt Ich stehe über Ihnen Jetzt bin ich dran Ich habe euch gewarnt Ihr müsst nicht mehr stören Nur weg von hier Wo sind denn alle? Das reicht Das ist so lustig So Ist das von Bedeutung? Ich habliche Einheiten entdeckt Was gibt's eigentlich noch weiter unten? Oben sind noch ein paar Nichts Das geht einmal geradeaus Ja, das stimmt Ich bin nicht verrückt Keine Einheit wird angegriffen Wo sind denn alle? Ich bin nicht Oh nein, bitte nicht Gott knapp Nur weg von hier Nur weg von hier König ohne Verstattung ist eingetroffen Verglichen mit Ihnen sind die Stadten und Panzerverbände des Zeites Sie hätten alle bezahlt Bom, bom Ich stehe über Ihnen Ich stehe über Ihnen Den hole ich mir noch Hm Das sind wir hatten ja längst Ja, da kommen die Shinobi dann mit einem Mal Also willst du nach unten oder nach oben? Oben Nach unten Die werden mich fürchten Entfesselt mich Meine Klinge gehört euch Ich gehe Ich gehe Moment, was ist das für eine Fähigkeit? Rauchbombe Okay Fordert mich nicht aus Wer braucht schon Freunde? Ist das von Bedeutung? Die kriegen eh keinen Schaden Das ist total sinnlos Die Gebäude Ich habe mich entschieden Plum Ist schon Pause? Was gibt es? Und? Ist das alles? Sie wollen mich aufhören Sie wollen mich aufhören Jetzt bin ich dran Wer macht jetzt viele Toten? Oh, jetzt kommen gar nicht schon viele zu Yuriko Ich habe mich entschieden Ihre Schreie Noch mehr Einheiten? Ich bin noch nicht fertig Ich wusste, dass es dazukommen wird Darauf habe ich gewartet Okay, rein Sie fordern das sexuell heraus Der Tod ist ein Freund Alles nicht mehr Ich bin noch nicht fertig Das dauert bei mir voll lange grad Ja, habe ich den nicht alles zerstört? Da ist noch einer drin Einer reicht Die sind nicht Episch Sie wissen nicht, dass es ist Sie wissen nicht, dass es ist Sie wissen nicht, dass es ist Und Tod ist er Nice, nice Ja Kann man nicht einfach über die rüber laufen? Kann man? Kann man? Nein König Uni ist das kein Problem Nein 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 Okay, die stehen aber wieder auf Für die Infanterieeinheiten ist man ganz gut gewartet Aber ansonsten Flung So Und ich baue jetzt vor allem Striker Wir haben die Alliierten entschieden Wir haben die Alliierten entschieden Wir ziehen dich nicht zurück Oh erst Die Verstärkung ist unterwegs, Commander Die Verstärkung